alien hier drüben die reifen leute sie kennen die wahrheit die zügliche welt sie haben den schrott nimm diese fähigkeit sie wird dir helfen ihre geheimnisse zu offenbaren das ist was neues hier komme ich raus das heißt ich brauche es direkt mal ein geld doktor es ist rupakulosis ich wusste es tut mir leid das nehme ich aber mit so ist das grüne licht so vor skipp erzeugen das ist eine neue fähigkeit die gab es im hauptspiel nicht okay da gab es nur die attacke sagt ja damit komme ich schon etwas besser hier klar jetzt ist nur die frage es sind ja schon einige secrets hier auf welche soll ich mich konzentrieren ich schaue erstmal bei euch verrückten nach bevor ich dann nach unten gehe denn noch was neger ach ihr wollt nicht mit mir reden dazu vertieft moment muss ich einen auf mario machen so zack geht's gut 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 aktivieren und dann holen wie geht das hier oder ohne kann ich das machen ja ohne kann ich das machen okay gut dann hat sich die frage erledigt okay aber ihr habt nichts zu sagen ihr habt nichts dagegen ich gehe mal in euren heigen tempel ihr habt nichts dagegen woldo auch nicht in der alle woldos doch hier ist nicht besonders viel und hätte mich auch gewundert wenn hier mehr wäre weil die fähigkeit haben wir ja genau dafür bekommen deswegen wäre es merkwürdig würden wir die hier nicht einsetzen oh das reicht doch nicht ganz so schon ich frage mich welche geheimnisse hinter dieser tür warten es gibt kein schlüsselloch oder so vielleicht ein überbleibsel eines vorherigen zykluses oder einfach nur schrott oh das mit den zyklusen das ist nämlich an Atlantis da gab es ja auch dieses system ok ok also überbleibsel auch von mr miracle sind hier aber die haben keine bedeutung für die anscheinend hier na egal was ich mache es an ähm ok so besser ok und das macht das da ich sehe nicht was es aktiviert aber ich wette ich muss es aktiv lassen oh da ist ja noch was oh Gott wie witzig nein ich bin aus dem weg ok es geht zeitlich locker man muss nur wissen dass man alles ablegen muss und das hier muss funktionieren vor allem ja ok es geht nur die tür zu genau wenn man sich einsperrt kann man die röhre nutzen ich habe aber alle richtig aufgemacht und daher komme ich hier an den schrott so ja sonst gibt es hier nichts die abkürzung ist auch wieder aktiv sehr gut und sonst gab es dazwischen nichts also das war es die grüne röde hat mich ja nur zurückgebracht bin nur wegen ein bisschen schrott hergekommen oh die tür geht zu ähm ok ich glaube gesehen zu haben ist der Boden noch nicht ganz flach ist eine kleine Erhöhung ach macht das hier deswegen kann ich auch das hier nicht machen ich kann es so machen ok sag mal hier Türklopfer öffnet eventuell verschlossene Türen das ist aber jetzt nicht mein Hyperschwert das ist diese Tür ein Moment wow was ist das für ein Werkzeug frage ich mich auch was das für ein Werkzeug ist bin schon da du bist nicht heiligen oh du bist es was ist hier los die geheiligte Tür hat sich geöffnet und bleib draußen willkommen in Orangespuck Fremder aus dem Untergrund das Rad dreht sich schneller als wir dachten was zur Hölle ist Orangespuck ich bin erst vor ein paar Tagen dort reingegangen bin schon da du bist nicht heilig genug warte mal wo sind wir ach so das ist aber das was ist das hat das Kind mich verlassen ach das ist sogar die original Kirche vom Hauptding eine zweite Genesis Kindgott gelangweilt erneuert seine Sandkastenwelt er versteht die Welt aber jetzt sehen wir was hier drin war okay das Schrott haben wir schon dem entsprechen habe ich schon die neue Mission frei gespielt okay das ist aber die Orang die originale Kirche keine zweite das ist interessant und der mit seinem Fake Ring ah jo klar das war der originale und das war der Fake gut 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 dann haben wir das dann gehe ich mal wieder ach so ich brauche die Waffe noch weiß ich habe jetzt ein Türklopfer weiß auch schon wo ich sie einsetzen werden und kann äh ja ich habe nichts weiter gegen mich gell ja ihr seid cool okay ähm hier ist ein lila Knopf lila Knopf kann ich weiterhin nicht drücken so dann schaue ich mich mal hier um hier gibt es ja einige Rätsel und ich glaube ich kann noch viel deutlicher über mein soll kommen so was ist das hier eigentlich bewegt sich das ja es bewegt sich einfach schieben kann ich es aber die Frage ist warum schiebt es ist ja auch nix gell auch einfach noch nicht deswegen dass ich den Block überall hin okay ich hoffe es war so weit wie möglich da hingeholt vielleicht wäre es eine Abkürzung fürs Rennen noch besser gewesen weiß nicht aber für jetzt hilft es mir nicht wirklich was kann ich so öffnen das will ich nicht ähm 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 das bringt mir ja gar nichts kann ich so tricksen das bewegt sich auch nicht Soll sich schon hier bewegen. Auf dem Ding. Toll, so funktioniert mein Trick nicht. So funktioniert mein Trick nicht. So bringt es mir auch nichts. Oh. Oops. Oh. wie jetzt so bewegst du dich jetzt weiter gar keinen sinn gerade gemacht ja nein nicht ganz nicht ganz ich will nicht da hinsetzen mehr nicht also hätte ich auch gefunden hat wenn es anders gehen sollte dann haben wir das auch bringt es mich darüber nein scheint nichts für mich ganz anders hier raus okay dann bringt das mich hier raus das andere ding weiß ich halt nicht wie weil sie halt nun erhöhe okay nicht jede tür kriege ich damit auf dann ist das hier erst mal erledigt dachte ich ja so komme ich rein dann haben wir das das habe ich mir noch gar nicht angeschaut nichts ist nichts hier ist nichts weiß nichts ich sehe kein eingang so viel müssen wir schon geben jungs eingang brauche ich minimum es ist nicht viel was ich fordere kann ich dafür was passiert wenn ich so bestimmt dieses ding wo uns was passiert eigentlich da ok ok aber nur einmal quasi sonst ist das nichts hier noch mal nach hier ist auch noch ein bisschen schrott weit mehr als genug schrott wird aber da wo ich hin will komme ich immer noch nicht hin von hier hier ist nichts da ist nichts da ist nichts ok aber die seite interessiert mich dafür umso mehr da kann ich rüber einfach so ok kein big secret nur ein recht kleines das ist so